hallo hallo an alle guten tag wir machen uns heute mit meinem gestrickten oder gehäckelten spielzeug bekannt da sehen sie ein paar spielzeug nur ein typchen habe ich nicht selbst gemacht das habe ich als geschenk bekommen der hase habe ich selbst gestrickt sehen sie so nicht ziemlich groß diese töbchen habe ich auch selbst gehäckelten und diese puppe habe ich auch gestrickt das spielzeug stricke ich nicht immer nur nach dem wunsch vielleicht hat ihnen dies video gefallen und bis dann alles gute